Der Narr liest die drei Musketiere von Alexandre Dumas. Kapitel 58, eine Botschaft vom Kardinal. Drei Tage darauf befanden sich die vier Musketiere wieder in Paris. Sie waren in den Grenzen ihres Urlaubs geblieben und statteten noch an demselben Abend Herrn von Trevis ihren Besuch ab. »Nun, meine Herren, fragte sie der würdige Kapitän, habt ihr euch bei eurem Ausflug gut unterhalten?« »Vortrefflich,« antwortete Arthos in seinem und im Namen seiner Freunde. Am sechsten des nächsten Monats verließ der König, seinem Versprechen gemäß, dass er hinsichtlich seiner Rückkehr nach La Rochelle dem Kardinal gemacht hatte, die Stadt Paris, noch ganz betäubt von der Kunde, die sich über Buckinghams Ermordung verbreitet hatte. Ob schon die Königin von der Gefahr wußte, die ihrem Günstling drohte, so glaubte sie doch nicht an die Nachricht seines Todes und erklärte sie für falsch, da er ihr kurz zuvor noch geschrieben hatte. Allein am folgenden Tage mußte sie wohl dieser Nachricht Glauben beimessen. La Porte wurde, wie alle Menschen in England, auf den Befehl des Königs Karl I. zurückgehalten und kam als Überbringer des letzten traurigen Geschenks an, das Buckingham der Königin zusandte. Der König war über die Botschaft ungemein erfreut. Er suchte nicht einmal die Freude zu verbergen, sondern äußerte sich sogar absichtlich in Gegenwart der Königin, denn Ludwig XIII. gebrach es an Edelmut. Doch bald darauf ward der König wieder düster und übel gelaunt, seine Stirn ließ sich nie auf längere Zeit aufheitern. Er fühlte wohl, dass er sich wieder in seine Sklaverei begab, wenn er in das Lager zurückkehrte, und dennoch reiste er dahin ab. Auch war die Rückkehr nach La Rochelle ungemein trübselig. Insbesondere setzten unsere Freunde ihre Waffengefährten in Erstaunen. Sie ritten eng nebeneinander, düsteren Blickes und gesenkten Hauptes. Arthos allein hob von Zeit zu Zeit seine breite Stirn, ein Blitz funkelte in seinen Augen, ein bitteres Lächeln schwebte über seine Lippen hin, und er versank abermals, wie seine drei Freunde, in seine finsteren Traumgedanken. Wenn die Eskorte in einer Stadt anlangte, begaben sich die vier Freunde, sobald sie den König nach seiner Wohnung begleitet hatten, entweder in ihre Quartiere oder zogen sich in eine abgelegene Herberge zurück, wo sie weder spielten noch auch zechten, sondern sich leise unterredeten und dabei herumspähten, ob sie niemand belauschte. Als der König eines Tages anhielt, um Elstern zu beizen, und die vier Freunde, statt der Jagd beizuwohnen, wie gewöhnlich in einer Schenke an der Landstraße saßen, kam ein Mann von La Rochelle mit verhängten Zügeln herangesprengt, hielt vor der Tür, um ein Glas Wein zu trinken, und blickte in das Innere der Stube, wo die vier Musketiere saßen. »Hallo, Herr D'Artagnan!« rief er. »Seid ihr's nicht, die ich dort sitzen sehe?« D'Artagnan sah empor und erhob ein Jubelgeschrei. Der Unbekannte, der ihm zurief, war sein Gespenst, jener Fremde von Millon, von der Gasse Fossoyeur und von Arras. D'Artagnan entblößte den Degen und stürzte nach der Tür, doch der Unbekannte sprang, statt zu entfliehen vom Pferde herab, und schritt D'Artagnan entgegen. »Ha, mein Herr!« rief der junge Mann, »endlich treffe ich euch, und diesmal werdet ihr mir nicht entkommen.« »Das ist auch diesmal gar nicht meine Absicht. Indem ich euch selber aufsuchte, ich verhafte euch in des Königs Namen.« »Wie? Was sprecht ihr da?« sagte D'Artagnan. »Ihr habt euren Degen auszuliefern, mein Herr, und zwar ohne alle Widersetzlichkeit. Ich sage euch, es handelt sich um euren Kopf.« »Wer seid ihr denn?« rief D'Artagnan, indem er den Degen senkte, ohne ihn auszuliefern. »Ich bin der Chevalier von Rochefort, der Stallmeister des Herrn Kardinal von Richelieu. Ich habe den Auftrag, euch vor ihre Eminenz zu führen.« »Herr, kehren zurück zu seiner Eminenz, Herr Chevalier,« versetzte Athos, »und ihr werdet wohl dem Worte des Herrn D'Artagnan trauen, dass er sich unmittelbar nach La Rochelle verfügt?« »Ich habe ihnen den Händen der Wachen zu übergeben, dass sie ihn nach dem Lager bringen.« »Wir werden seine Wachen sein, mein Herr, bei unserem edelmännischen Ehrenwort.« »Doch sage ich euch auch,« fügte Athos mit gerunzelter Stirn hinzu, »ich sage euch, Herr D'Artagnan wird sich nicht von uns trennen.« Der Chevalier von Rochefort schleuderte einen Blick zurück und bemerkte, dass sich Portos und Aramis zwischen ihn und die Tür gestellt hatten. Er sah ein, dass er ganz der Willkür dieser vier Männer preisgegeben sei. »Mein Herrn,« sprach er, »wenn mir D'Artagnan seinen Degen überliefern und eurem Worte das Seinige beifügen will, so begnüge ich mich mit eurem Versprechen, dass ihr Herrn D'Artagnan in das Quartier von Monseigneur, dem Herrn Kardinal, führen werdet.« »Ihr habt mein Wort,« sagte D'Artagnan, »und hier ist mein Degen.« »Wir ist es um so lieber,« versetzte Rochefort, »als ich meine Reise fortsetzen muss.« »Wenn ihr es tut, um meine Lady aufzusuchen,« sprach Athos kalt, »so gebt euch keine Mühe, da ihr sie nicht finden würdet.« »Was ist denn mit ihr geschehen?« fragte Rochefort heftig. »Kommt zurück in das Lager, und dort sollt ihr es erfahren.« Rochefort blieb ein Weilchen in Gedanken vertieft. Da man aber nur noch eine Tagesreise von Suger entfernt war, bis wohin der Kardinal dem König entgegenziehen wollte, so entschloss er sich, Athos zu folgen und mit ihm zurückzukehren. Außerdem hatte er bei dieser Rückkehr den Vorteil, dass er seinen Gefangenen selbst bewachen konnte. Man setzte sich in Bewegung. Am folgenden Tag um drei Uhr nachmittags gelangte man nach Suger. Der Kardinal harte dagegen auf Ludwig XIII., der König und der Minister sagten sich viel Schmeichelhaftes und beglückwünschten sich über den günstigen Zufall, der Frankreich von dem erbitterten Feinde befreite, der gegen dasselbe ganz Europa in Bewegung gesetzt hatte. Als das geschehen war, beurlaubte sich der Kardinal, der durch Rochefort d'Artagnans Ankunft erfahren hatte und diesen auf der Stelle vernehmen wollte, von dem König, wobei er ihn einlud, am nächsten Tage die fertig gewordenen Dammarbeiten in Augenschein zu nehmen. Als der Kardinal abends in sein Quartier an der Brücke Pierre zurückkehrte, fand er d'Artagnan ohne Degen und die drei Musketiere bewaffnet vor dem Hause, das er bewohnte. Da er ihnen mehr Kräfte entgegenzusetzen hatte, so faßte er sie streng ins Auge und gab d'Artagnan mit dem Blick und der Hand einen Wink, dass er ihm folge. D'Artagnan gehorchte. »Wir warten deiner, D'Artagnan!« rief Athos so laut, dass es der Kardinal hören konnte. Seine Eminenz faltete die Stirn, hielt einen Augenblick an und setzte erst, dann wieder stillschweigend seinen Weg fort. D'Artagnan trat hinter dem Kardinal, Rochefort hinter D'Artagnan ein. Die Tür wurde bewacht. Seine Eminenz verfügte sich in seinen Arbeitskabinett und gab Rochefort einen Wink, dass er D'Artagnan zu ihm führe. Rochefort gehorchte und entfernte sich. D'Artagnan stand allein dem Kardinal gegenüber. Es war das seine zweite Zusammenkunft mit Richelieu, und später äußerte er, er sei überzeugt gewesen, dass es auch seine letzte sei. Richelieu blieb am Kamin stehen. Ein Tisch war zwischen ihm und D'Artagnan. »Mein Herr«, sagte der Kardinal, »ihr wurdet auf meinen Befehl verhaftet.« »Wann sagt ihr mir das, Monseigneur?« »Wisst ihr auch, weshalb?« »Nein, Monseigneur, denn der einzige Umstand, weshalb ich verhaftet werden könnte, ist seiner Eminenz noch unbewusst.« Richelieu blickte den jungen Mann fest an und sprach, »ha, was wollt ihr damit sagen?« »Will mir Monseigneur zuerst die Verbrechen bekannt geben, die man mir zur Last legt, so will ich sagen, was ich getan habe.« »Man legt euch Dinge zur Last«, sagte der Kardinal, »wegen die schon höhere Häupter gefallen sind als das Eurige.« »Welche denn, Monseigneur?« fragte D'Artagnan mit einer Ruhe, worüber der Kardinal erstaunte. »Man beschuldigt euch des Verkehrs mit den Feinden des Landes. Man klagt euch an, Staatsgeheimnisse belauscht zu haben. Man gibt euch Schuld, dass ihr die Pläne eures Generals zu vereiteln getrachtet habt.« »Und wer beschuldigt mich dessen, Monseigneur?« fragte D'Artagnan in der Vermutung, dass die Anklage von Mylady sei. »Ein von den Gerichten gebranntmarktes Weib, ein Weib, das einen Mann in Frankreich und einen anderen in England geirrlicht? Ein Weib, das einen zweiten Gemahl vergiftet und auch mich zu vergiften gesucht hat.« »Was redet ihr da?« rief der Kardinal erstaunt. »Von welchem Weibe sagt ihr das?« »Von Mylady Winter«, versetzte D'Artagnan. »Deren Verbrechen eure Eminenz gewiß nicht kannte, als sie dieselbe mit ihrem Vertrauen beehrte.« »Mein Herr«, versetzte der Kardinal, »hat sich Mylady dieser Verbrechen, die ihr da angebt, schuldig gemacht? So soll sie bestraft werden.« »Sie ist bestraft.« »Wer hat sie bestraft?« »Wir.« »Ist sie im Gefängnis?« »Sie ist tot.« »Tot?« »Rief der Kardinal, der an das, was er hörte, nicht gleich glauben konnte.« »Was? Sie vergiftete eine Frau, die ich liebte.« »Dann nahmen wir sie, meine Freundin und ich, gefangen, hielten Gericht und verurteilten sie.« Nunmehr erzählte D'Artagnan die Vergiftung von Madame Bonacieux im Kloster der Kameliterinnen zu Betun, das Gericht in dem einsam gelegenen Hause und die Exekution am Ufer des Lys. Der Kardinal war im ganzen Leibe durchschauert, obwohl das sonst bei ihm so leicht nicht geschah. Jedoch, als er fasste ihn plötzlich ein stiller Gedanke, erhellte sich allgemach sein bisher so düsteres Antlitz und ward endlich völlig aufgeheitert. »Ihr habt euch somit«, sprach er mit einer Stimme, deren Weichheit mit der Strenge seiner Worte seltsam kontrastierte, »ihr habt euch somit das Richteramt angemaßt, ohne zu bedenken, dass diejenigen Mörder sind, die ohne höheren Auftrag strafen.« »Monseigneur, ich schwöre, dass es nicht einen Augenblick lang meine Absicht war, gegen sie meinen Kopf zu verteidigen. Ich will mich der Strafe unterwerfen, die eure Eminenz über mich verhängt. Mir ist das Leben nicht in dem gerade lieb, dass ich den Tod fürchten sollte.« »Ja, ich weiß, dass ihr beherzt seid«, sagte der Kardinal in einem fast gutmütigen Ton. »Ich kann euch also im Voraus melden, man wird über euch Gericht halten, euch sogar verurteilen.« Ein anderer könnte seiner Eminenz erwidern, »Er trage seine Begnadigung in der Tasche. Ich aber antwortete bloß, »Monseigneur, ich bin Ihres Befehles gewärtig.« »Eure Begnadigung?«, fragte Richelieu verwundert. »Ja, Monseigneur«, versetzte D'Artagnan. »Von wem unterfertigt? Etwa vom König?« »Nein, von eurer Eminenz.« »Von mir?« »Von her? Ihr seid verrückt.« »Monseigneur, Sie werden sicher Ihre Handschrift kennen.« Mit diesen Worten reichte D'Artagnan dem Kardinal in das kostbare Papier, das Athos, my lady, abgenötigt und D'Artagnan zugestellt hatte, damit es ihm als Schutzwehr diene. Seine Eminenz las es langsam und betonte jede Silbe. »In meinem Auftrag und zur Wohlfahrt des Staates hat der Träger des Gegenwärtigen gehandelt, im Lager von La Rochelle, 3. August 1628, Richelieu.« Der Kardinal versank in tiefes Nachsinnen. Doch gab er das Papier, nachdem er es gelesen, D'Artagnan nicht wieder zurück. »Er erwägt, durch welche Strafe er mich dem Tod überliefern soll,« sprach der Gascogna zu sich selbst. »Wohl, er sehe, wie ein Edelmann stirbt.« Der junge Musketier war in der besten Gemütsstimmung, um sich heldenmütig vom Leben zu trennen. Richelieu blieb immer gedankenvoll und rollte das Papier in seiner Hand auf und zu. Dann richtete er seinen Adelblick auf diese edlen, offenen und geistvollen Züge, auf dieses Gesicht, das infolge eines monatelangen Leidens von Tränen durchfurcht war, und dachte zum dritten und vierten Mal, welche Zukunft dieser Knabe von zwanzig Jahren vor sich habe und welche Mittel seine Regsamkeit, sein Mut und sein Geist einem guten Gebieter an die Hand geben könnten. Von der anderen Seite hatte ihn die Zahl der Verbrechen, die Macht und der höllische Geist Meiladies öfter als einmal mit Schreck erfüllt. Er empfand gleichsam eine geheime Freude darüber, dass er diese gefährliche Gläubigerin für immer los war. So nach zerriss er langsam das Papier, das ihm D'Artagnan so edelmütig überlassen hatte. »Ich bin verloren«, sagte D'Artagnan zu sich selbst. Er verneigte sich tief vor dem Kardinal, wie ein Mensch, der da sagt, »Glediger Herr, es geschehe Ihr Wille!« Der Kardinal trat an den Tisch und schrieb, ohne dass er sich setzte, ein paar Zeilen auf ein Pergament, das schon zu zwei Dritteln vollgeschrieben war, und drückte darunter sein Siegel. »Das ist meine Verdammnis«, dachte D'Artagnan. Er verschont mich mit den Martern der Bastille und einem langwierigen Gerichtsgang. »Ich finde es von ihm noch recht edelmütig.« »Nehmt hier«, sprach der Kardinal zu dem jungen Mann, »ich nahm Euch ein Blankett und gebe Euch dafür ein anderes. Der Name fehlt, Ihr mögt ihn selbst darauf setzen.« D'Artagnan faßte das Papier zögernd an und blickte darauf. »Es war ein Leutnantspatent bei den Musketieren.« D'Artagnan stürzte dem Kardinal zu Füßen und stammelte. »Monseigneur, von nun an gehört mein Leben Ihnen. Verfügen Sie darüber, allein ich bin dieser zugestandenen Gnade nicht wertig. Habe drei Freunde, die würdiger wären.« »Ihr seid ein wackerer Junker, D'Artagnan«, fiel der Kardinal ein und klopfte ihm entzückt, diese halsstarke Natur überwunden zu haben, traulich auf die Schulter. »Macht mit dieser Vollmacht, was Euch beliebt. Da der Name weiß ist, nur erinnert Euch, dass ich sie Euch erteile.« »Ich will nie darauf vergessen, dessen darf sich Eure Eminenz versichert halten.« Der Kardinal wandte sich um und rief mit lauter Stimme. »Rochefort!« Der Chevalier verweilte wahrscheinlich vor der Tür, denn er trat zugleich ein. »Rochefort!«, sprach der Kardinal. »Ihr seht hier, Herr D'Artagnan, ich versetze ihn unter die Zahl meiner Freunde. Man umarme sich somit und sei vernünftig, wenn man sein Leben liebt.« Rochefort und D'Artagnan berührten sich mit den Spitzen ihrer Lippen, doch der Kardinal war hier und faßte sie scharf ins Auge. Sie entfernten sich zugleich aus dem Zimmer. »Wir treffen uns wieder, nicht wahr, mein Herr?«, sagten sie. »Wann es beliebig ist,« entgegnete D'Artagnan. »Die Gelegenheit wird kommen,« versetzte Rochefort. »Hä doch!«, rief Rochefort, indem er die Tür öffnete. Die Männer lächelten sich zu, drückten sich die Hände und verneigten sich vor seiner Eminenz. Kapitel 59 Epilog Nachdem La Rochelle der Unterstützung der englischen Flotte und der zugesagten Leitung Buckinghams beraubt war, hat es sich nach einjähriger Belagerung ergeben. Am 28. Oktober 1628 wurde die Kapitulation unterzeichnet. Der König hielt seinen Einzug in Paris den 23. Dezember desselben Jahres. Man feierte ihm einen Triumph, als hätte er nicht Franzosen, sondern auswärtige Feinde besiegt. Er hielt seinen Einzug unter Bogen von grünem Laubwerk durch die Vorstadt Saint-Jacques. D'Artagnan trat in seinen Rang ein. Porthos verließ den Dienst und vermählte sich während des folgenden Jahres mit Madame Coucan. Die so sehr beanspruchte Kiste hatte 800.000 Livre enthalten. Musketon bekam eine prachtvolle Livree und erfuhr die Freude, wonach er sein Leben lang gestrebt hatte, nämlich hinter einer vergoldeten Kutsche stehen zu dürfen. Aramis war auf einer Reise nach Lothringen plötzlich verschwunden und hörte auch auf, seinen Freunden zu schreiben. Später erfuhr man von Frau Chevreuse, dass er zu Nancy ins Kloster gegangen sei. Vazin ist ein Laienbruder geworden. Aramis blieb Musketier unter D'Artagnans Kommando bis zum Jahre 1633, wonach er infolge einer Reise und unter dem Vorwand, dass er eine kleine Erbschaft gemacht hatte, in Roussillon gleichfalls quittierte. Grimaud war Aramis gefolgt. D'Artagnan hatte sich dreimal mit Rochefort geschlagen und ihn dreimal verwundet. »Das vierte Mal werde ich euch wahrscheinlich töten«, sprach er zu ihm, während er ihm die Hand reichte, um ihn aufzurichten. »Es wäre so nach für mich wie für euch besser, dass wir blieben«, sagte der Verwundete. »Potzwetter, ich bin weit mehr euer Freund, als ihr dafür haltet, denn ich brauchte bei unserem ersten Zusammentreffen nur ein Wort zum Kardinal zu sprechen, und der Hals wäre euch abgeschnitten worden.« Sie fielen sich in die Arme doch diesmal mit voller Herzlichkeit und ohne einen Hintergedanken. Blanchet erhielt von Rochefort den Rang eines Sergenten im Regiment Piment. Herr Bonacieux lebte in vollkommener Ruhe, er wusste ganz und gar nicht, was seiner Gemahlin geschehen war, und kümmerte sich auch gar nicht darum. Eines Tages war er so unklug und rief sich dem Kardinal ins Gedächtnis zurück, und der Kardinal erteilt ihm den Bescheid, er werde Sorge tragen, dass ihm in der Zukunft nichts fehlen möge. Am folgenden Tage war Herr Bonacieux in der Tat um sieben Uhr abends ausgegangen, um sich nach dem Louvre zu begeben, doch war er nie wieder in der Gasse Fossilieu erschienen. Diejenigen, die sich für sehr gut unterrichtet hielten, waren der Ansicht, dass er auf Kosten seiner freigebigen Eminenz in irgendeinem königlichen Schloss untergebracht und erhalten werde. Untertitelung des ZDF, 2020